Beachvolleyball-Profis Nina Betschart und Tanja Hübelin im Team-Check von «Quickline». Hallo zusammen. Hallo. Wer reagiert emotionaler beim Fernsehen schauen? Nein, ich habe auch du. Ja, ich bin wirklich nicht so ein emotionaler Filmechauer. Ja, dann bin ich es. Ja, alles richtig. Punkt ist auch unser. Lieblingsserie von dir, Nina? Ähm, «Gossip Girl». Wer schaut eigentlich mehr Sport im Fernsehen? Nein! Ich weiss es nicht. Ich schaue schon noch gerne, so ab und zu. Aber bei dir läuft es sicher immer Skirennen. Ich schaue lieber Skiren, aber du lieber ist okay. Ja, das ist so. Wer braucht zeitversetzt Fernseher, also Replay von «Quickline TV» häufiger? Ja, ich schaue gerne auch noch Sachen nach, jetzt nicht unbedingt nur im Sportbereich. Wer schaut mehr Trash-Format von euch? Ich schaue zum Beispiel den Bachelor oder was es da alles gibt. Ja, aber ich schaue auch wenig. Ja, auch mehr als ich. Ja, mehr als du. Okay, ich gebe zu. Aber so Bachelor kann ich... Jetzt kommt immer ein bisschen davon, wenn ich das gehört habe. Wer programmiert mehr Sendungen oder Filme, um aufzunehmen? Wer hat die Fernseh-Ecke zu Hause gemütlicher eingerichtet von euch beiden? Tagesschau 10 vor 10 und so weiter. Wer schaut mehr News-Sendungen? Ja... Auch nicht regelmässig, aber ich schaue schon ab und so. Ich lese eher... So News. Auf dem Handy. Auf dem Handy. Also nicht mit dem Handy. Wer lässt sich beim Fernsehen schneller ablenken? Ja, da bin ich wirklich ganz schlecht drin. Wenn ich im Fernsehen schaue, dann muss ich noch 5 andere Sachen machen. Letzte und zehnte Frage. Wer von euch beiden schläft Enter I vor dem Fernsehen? Hast du? Nein, mir passiert das nicht. Mir auch nicht. So schlecht sieht das im Fall gar nicht aus. Also wenn es um das Thema TV geht, habt ihr zwei eine Übereinstimmung von 70%. Was? Okay. Ist es zu dem gekommen? Nehmen wir. Es ist wie wenn man schlecht gespielt hat und wir gleich gewinnen. Richtig. Richtig. Das sind die besten Sätze. Sie haben ein wenig Bonuspunkte dabei gewesen. Ah, okay.